Ja, komm! Komm rüber! Kasim hat gerade Frühstück für uns alle gemacht, aber das Problem ist, es ist halb zwölf. Eigentlich wollt ihr um zehn da sein und frühstücken. Das ist Kasim-Zeit. Ja, aber gutes Frühstück braucht auch Zeit. Meine Breakfast-Casedias, die ich immer für meine Familie morgens mache. Ich habe noch zwei übrig. Bitte, scoop mal schön in mein... Hat aber irgendjemand einen Double gedippt? Nein, nein, keiner hat Double gedippt, ich verspreche. Mach mal eher schön guter Dip. Warte, was ist denn da? Was ist das für ein Dip? Das ist mein... Ich muss sagen, es sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß, es schmeckt besser als es auch... Boah! Boah! Leute! Warte mal ein Restaurant auf, ey! Weißt du es nicht mal? Ich double dip! Boah, geht nicht. Ein Buch hast du schon geschrieben, Kasim. Wie sieht es aus mit dem Kochbuch? Kochbuch kommt als nächstes. Ganz ehrlich, ganz viele Fragen. Kannst du mal so Fitnessrezepte machen? Ja. Ich habe jetzt meine Muffins. Ich habe noch Proteinschokomuffins. Die sind in zweieinhalb Minuten fertig. Und dann komme ich gleich nochmal vorbei und zeige euch... Oder wir kommen einfach rein. Wir kommen rein zu dir. Geile Uhr, die du gerade angucken willst. Ja. 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 Ja.